Hallo, heute habe ich noch einmal eine neue Idee für einen Schal und eine Mütze für euch. Und zwar habe ich bei diesem Schal Gnocchi Wolle verwendet und in den Zwischenräumen eine blaue Perlwolle. Und zwar ist die Wolle hier 50g 220m lang und weil sie sehr dünn ist, benutze ich sie doppelt. Ich stricke vom Ende und vom Anfang her mit einem doppelten Faden. Aber sie ist halt wahnsinnig schön, weil das so eine kleine Perlwolle ist. Bei der Gnocchi Wolle sind das so kleine Puschel und da sind nur 25 Meter drauf. Aber das gibt ein wahnsinnig tolles Strickbild. Hier habe ich nun den Schal mit 32 Maschen angeschlagen und stricke unregelmäßige Abstände. Der ganze Schal wird nur in glatt, glatt rechts, also nur mit rechten Maschen gestrickt, in graues rechts. Glatt rechts hatten wir benutzt, benutzt bei dem roten Schal, den ich euch gezeigt habe. Dann kann man auch noch mal die Anleitung angucken. Da haben wir halt die Wellenmuster mit eingearbeitet. Aber bei diesem Schal wird alles nur mit rechten Maschen ganz einfach gestrickt. Die Gnocchi Wolle wird nur in den Zwischenräumen gestrickt. Das ist eine Maschenweite ungefähr und dazwischen bleiben die kleinen Puschel einfach hängen. Das sieht wahnsinnig gut aus. Es ist mal eine ganz andere Art und vor allen Dingen in der Kombination mit der Perlwolle entsteht ein ganz anderes Bild. Hier seht ihr nur die Wolle. Das sind die Gnocchis und dazwischen in graues rechts die Perlwolle. Und zwar habe ich dafür benötigt zwei Knäuel von dieser Perlwolle, a 220 Meter, 50 Gramm jeweils und von der Gnocchi Wolle brauchen wir vier Knäuel. Dies habe ich alles verstrickt, je nach Zwischenraum, wie ihr das möchtet. Das war ganz unregelmäßig und danach wurde abgekettet und die Faden gut vernäht. Ich hoffe, dieser neue Schal, die neue Idee hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder herein. Tschüss!